Mein Name ist Stefan Herzner, 13 Jahre alt, Jahrgang 90. Meine bisherigen Vereine waren Speyer, dann auch Hoffenheim und jetzt Sandhausen. Meine persönlichen Ziele sind, gut zu spielen, gesund zu bleiben und so hoch wie möglich zu spielen. Meine Ziele mit dem Verein sind, um mit dabei zu bleiben und unter den ersten drei Plätzen.